Ja hallo, ich bin der Sami aus Deutschland und komme aus Karlsruhe. Ich bin auf die ÖMA Istanbul Klinik gestoßen, aus dem Internet. Hab die dann direkt angeschrieben über WhatsApp, da war so ein Button und hab mich dann sehr schnell entschieden hierher zu kommen. Ich bin hier dann am Flughafen abgeholt worden, zum Hotel gebracht worden und am nächsten Tag wurde ich dann zur Klinik abgeholt. Ich wurde hier sehr freundlich empfangen, das Beste ist, dass mein Berater Deutsch geredet hat, damit ich auch alles verstehe und dann bin ich gleich zum Doktor. Der Doktor war auch sehr nett, hat mich dann beraten und dann haben wir auch gleich angefangen. Musik 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 Ich kann das jedem weiterempfehlen, der auch sowas da machen möchte. Musik Und ich empfehle ja ÖMA Istanbul Klinik. Musik 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 Musik